Ich glaube, der größte Fail auf unsere Hochzeit war... Braut und Bräutigam soll sich eigentlich nur auf die Hochzeit konzentrieren und auf nix. Und bei uns war das leider nicht so. Selbst wenn ich ihn nicht mag. Und ich mag auch zum Beispiel manche Influencer so gesehen nicht. Es sei denn, du bezahlst 2.000 bis 3.000 Euro im Monat. Sie hat einen Freund, der ist 6 Jahre älter und es funktioniert einfach... Hey Leute und willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier auf unserem Kanal. Oder auf meinem Kanal. Du hast ja einen eigenen Kanal. Ist egal. Auf jeden Fall, ja, wollten wir auf jeden Fall seit Längerem, seit sehr, sehr Längerem ein Q&A drehen. Weil es kamen wieder so viele Fragen und ich glaube, es kamen, also hier auf YouTube vor allem, sind auch sehr viele Abonnenten wieder dazu gekommen. Und apropos, wenn wir schon dabei sind, Dankeschön für das krasse Feedback wegen dem Frühstücksvideo. Ich hätte niemals gedacht, also ich dachte schon, dass das Interesse da ist. Aber ich hätte niemals mit so einem krassen, ja, mit so krassen Viewzahlen gerechnet. Oder auch mit so viel gutem Feedback. Und es freut mich auf jeden Fall, dass ich euch inspirieren konnte da und dass das Video so gut ankam. Und ja, wie gesagt, ich glaube, das letzte Q&A ist anderthalb Jahre her oder so. Das hatten wir mal auf dem Weg nach Berlin. Das kam auch auf jeden Fall richtig gut bei euch an, das weiß ich noch. Ja, und es sind jetzt auf jeden Fall viele neue Fragen wieder angestaut. Und die beantworten wir jetzt nach und nach. Ja, hier haben wir die schon geladen. Und ich denke, wir blenden sie dann auch ein. Und jetzt haben wir genug gelabert. Und wir fangen an, ne? So, wie machen wir das jetzt? Lese ich eine? Ich lese eine vor, was ich interessant finde. Und du liest das. Okay, los. Wie lange wart ihr zusammen, bevor ihr geheiratet habt? Also wir waren fast viereinhalb Jahre zusammen. Also wir sind am 13.12.2013 zusammengekommen und geheiratet haben war, also die große türkische Hochzeit war am 5.5.2018. Also viereinhalb Jahre. Da habe ich eine Frage für dich. Wo ist es türkisch gestellt? Muss ich einmal kurz übersetzen gleich. Also hast du bei deiner Mutter oder bei deinem Vater schon gekocht, wo du bei denen gewohnt hast? Oder hast du im Nachhinein angefangen? Das ist eine Frage, die die Lara beantworten sollte. Ich habe bei meinen Eltern tatsächlich nie gekocht. Gebacken habe ich sehr viel, ne? Hast du gelacht? Ja. Gebacken habe ich sehr, sehr viel. Mittlerweile koche ich öfters und backe dafür weniger. Also backen, ich mache nur noch so Desserts, aber so richtig backen, dass ich eine Torte mache, so wie ich das früher gemacht habe, nicht mehr. Und ja, das Kochen habe ich während der Ehe gelernt. Also Mädels, habt auch keine Angst. Ihr könnt alles im Nachhinein während der Ehe auch noch lernen. Also ihr müsst es nicht vorher gekocht haben. Ich glaube, du hast am Anfang sehr viel Deutsch gekocht. Ja. Und dann kam immer mal was Türkisches, immer mal was Türkisches. Also sie hat halt immer mehr probiert. War mal so was, man. Und das hat auch richtig gut geklappt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, mittlerweile durch YouTube-Mädels kann man sehr, sehr viel selber eigenständig lernen. Also keine Angst davor haben. Kommt nächstes Jahr ein Ramadeli, wenn ja, mit mehr Rezepten. Ich denke auf jeden Fall ja, ne? Das kann auf jeden Fall krankern bei euch. Ich habe, also Inchallah, wenn wir bis dahin dann einen Cutter gefunden haben, sogar so, dass wirklich 30 Tage lang Videos kommen. Aber das können wir selber nicht machen. Wir haben es ja, wie hatten wir es mal gemacht? Wir hatten alle zwei oder drei Tage ein Video hochgeladen, ne? Ja, also wir haben fast jeden Tag gevloggt, aber alle zwei Tage. Genau, alle zwei, drei Tage. Also wir haben immer zwei Tage in einem Vlog oder zwei, drei Tage in einem Vlog gemacht. Und nächsten Ramadan dann, also wenn wir bis dahin einen Cutter haben, dann gerne jeden Tag. Also falls hier jemand dabei ist und das Video guckt und Videos schneiden kann und aus der Umgebung Bielefeld, Herford etc. kommt, meldet euch auf jeden Fall bei uns. Wir suchen einen Videografen, also einen Cutter, der uns da unter die Arme greift und natürlich vergütet. Warum bekommt ihr so viele Hater-Kommentare und andere nicht? Macht weiter so. Hat zwei Gründe. Zum einen löschen viele Influencer die Hater-Kommentare. Also wenn du jetzt insbesondere bei Instagram, also bei Instagram gibt es ja viel Hate. Die löschen das oder die blockieren die Menschen. Das kriege ich oft mit. Aber ja, ich blockiere prinzipiell die Menschen nicht so, ne? Ich blockiere die nicht. Ich denke mir immer so, das sind eigentlich Supporter für mich, weil, ja, je mehr die auf deiner Seite aktiv sind, je mehr die dich so gesehen haten, desto mehr steigt deine Reichweite. Das ist einfach ein Fakt. Das Zweite ist, ähm, keine Ahnung, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es gibt einfach Menschen, glaube ich, die findet man einfach von Anfang an sympathisch und es gibt Menschen, die findet man unsympathisch. Und anscheinend sind das da Menschen, die einen unsympathisch finden. Aber ich würde niemals auf den Gedanken kommen, ich selber, also ich kann es nicht nachvollziehen. Ich würde niemals auf den Gedanken kommen bei jemandem, selbst wenn ich ihn nicht mag, und ich mag auch zum Beispiel manche Influencer so gesehen nicht. Ich würde jetzt nicht auf deren Seite gehen und irgendeine Scheiße schreiben. Auch nicht mit einem Fake-Account oder sonst was. Ich würde niemals auf diesen Gedanken kommen. Also meine Zeit ist mir da viel zu kostbar für. Also ihr seid unsere Abonnenten und ihr habt das Recht natürlich Gutes zu schreiben, ihr habt auch das Recht uns zu kritisieren, daran scheitert es nicht. Und ich glaube, wir sind die Leute, die Kritik wirklich an unser Herz nehmen und wirklich überlegen, okay, haben die recht. Aber worüber wir gerade sprechen, ist eher keine Kritik, sondern Hass und Beleidigung. Und ich glaube, so etwas sollte keinen Platz auf unseren Seiten haben. Trotzdem löscht das die Lara nicht, sondern geht auch zumindest darauf ein, weil sie das im Prinzip einfach nicht nachvollziehen kann, wieso diese Leute das einfach schreiben. Ich kann es auch nicht nachvollziehen. Und manchmal konnte ich auch. Also es kommt immer darauf an, aber manchmal, keine Ahnung, ich beleidige nicht zurück, aber ich konnte halt so. Ja, manchmal sind es auch richtig dumme Sachen. Wie viel Altersunterschied findest du in einer Beziehung in Ordnung? Ich finde, da gibt es keine Grenze. Aber letztens hatte ich mal eine Fragerunde auf Instagram gemacht. Da hatte jemand gefragt, findest du zehn Jahre Altersunterschied zu viel? Und da hatte ich ja gesagt. Also ich persönlich, das ist ja auch jetzt gerade eine Frage, die an mich, glaube ich, oder an uns gestellt wurde. Aber die Sache... Also ich persönlich finde zehn zu viel, aber vier oder sechs finde ich noch in Ordnung. Die Sache ist... Aber meine Eltern haben auch acht Jahre Altersunterschied. Ich denke, wenn du als Frau beispielsweise, ich sage jetzt mal 35 bist. Und dein Mann ist 25, dann hättest du, glaube ich, ein Problem damit, oder? Weil er ist halt zu jung für dich. Ja, klar. Aber ich glaube, bei einem Mann ist es nicht so. Warum? Ja, wenn ein Mann zum Beispiel älter ist und der ist 50 und die Frau ist noch 40, dann freut er sich. Ja, ich finde auch ab so einem Alter zum Beispiel, ab Mitte 30 bis 40, ich glaube, da juckt es auch gar nicht mehr, diese Altersunterschied. Genau, also wenn du sagst, der Mann ist zum Beispiel 28 und die Frau 18, dann denkst du dir, boah, krass, das geht doch nicht. Aber ich glaube, ab 35, Beispiel, also ab Mitte 30, bist du schon ausgereift, sozusagen. Also du hast schon so... Und dann ist dir das Alter total unwichtig. Aber ich finde, wenn du zum Beispiel 20 bist und dein Mann ist 28, die sind auf einem ganz anderen Level. Also die 20-Jährige ist vielleicht noch, das ist jetzt ein Beispiel, sie ist noch so, oh, ich will feiern gehen und disco hier und der 28-Jährige ist so, oh ja, langsam, Kinder, wäre mal gut. Also ich glaube, beispielsweise, es kann alles funktionieren. Ich habe auch eine Freundin, sie hat einen Freund, der ist sechs Jahre älter und es funktioniert einfach bei denen. Und die sind zusammen, seitdem sie 16 war. Also es funktioniert auch. Ich glaube, es ist eine Sache, wie ihr im Kopf tickt. Also ich bin zum Beispiel einer, ich bin, ich war schon, ich bin ganz ehrlich, ich war schon immer reif. Ja. Ich war schon mit 18, hatte ich schon Gedanken wie ein 25-Jähriger so oder ein 30-Jähriger zum Teil. So und dann würde ich halt auch mit solchen Leuten klarkommen. Aber ich glaube, wenn du noch mit 18 ganz anders denkst, da kommst du nicht klar. Und ihr seht ja zum Beispiel bei den Promis, das klappt ja alles nicht. Doch. Mit Arjun Ujala und... Schemmer, super schön. Ja, hat ja auch nicht geklappt. Ja, ich glaube, das kann auch andere Gründe sein. Der war halt so voll Business und sie war halt so voll Party und so. Ja, das stimmt schon. Die Frage finde ich mega cool, Leute. Was war der größte Fail auf eure Hochzeit? Ich glaube, der größte Fail auf unsere Hochzeit war, dass unsere Band fast nicht kam oder viel zu spät kam. Also unsere Band, ihr müsst euch denken, eine normale Band kommt um drei oder manchmal sogar eher um zwei und baut die Sachen auf. Manche Bands bauen eine Nacht vorher ihr Equipment auf. Unsere Band kam um sieben Uhr und wir sind um sieben Uhr reingekommen in den Saal. Das war so ein Fail, ne? Die haben uns so gestresst. Wir wurden um vier Uhr dreißig, fünf Uhr waren wir beim Shooting und uns ruft die ganze Zeit unsere Familie an und sagt, hey, wir sind hier, eure Band ist nicht da. Die ganze Zeit bis sechs Uhr, die haben uns nicht in Ruhe gelassen. Und wir waren beim Fotoshooting und Osan ist so, Osan ist da so beim Shooting und versucht, eine Band aus Bielefeld noch spontan zu organisieren und telefoniert die ganze Zeit mit unserem Saalbesitzer und sagt, hey. Und da meinte er, wenn die nicht um sieben im Saal sind, du lässt die nicht mehr rein und wir scheiß drauf und wir machen das ganze Ding nur noch mit einem DJ und mit Dau Zuna. Das war der größte Fail, die haben uns echt krasse Panik eingejagt. Leute, sucht euch auf jeden Fall irgendeine Person, die organisatorisch richtig stark ist und die das... Gebt ihm einfach euer Handy, wenn ihr heiratet. Wirklich, ich hatte die Krise und der soll das Ganze regeln. Das ist euer Tag und die haben mir wirklich meinen Tag versaut. Ja, also unser Shooting haben die versaut. Auch während der Hochzeit zum Beispiel. Dann war da einer, der wollte Geld haben und dann sehe ich den seit einer Stunde da stehen und keiner rührt sich in den Fleck. Dann bin ich da hingegangen, ich bin zu meinem Vater hingegangen, ich habe es organisiert. Und das sollte eigentlich nicht sein, weil ihr Braut und Bräutigam soll sich eigentlich nur auf die Hochzeit konzentrieren und auf nichts. Und bei uns war das leider nicht so. Ansonsten war aber die Hochzeit ganz schön. Ansonsten, was ihr zu sehen bekommen habt, war eigentlich richtig schön. Wie gesagt, das erzählen wir jetzt gerade auch das erste Mal, glaube ich so. Unsere Band ist fast nicht angekommen. Ach ja, und der Grund war, wir hatten eine Band aus Holland. Und die hatten einen Auftritt in Belgien. Die kamen dann aus Belgien nach Deutschland am nächsten Tag. Und die hatten einen Platten auf der Fahrt. Die sind auch viel zu spät, Entschuldigung, an dieser Stelle, die sind viel zu spät losgefahren. Wenn die das jetzt, keine Ahnung, wenn die früh losgefahren wären und es wäre dann passiert, dann wären die immer noch rechtzeitig im Saal gewesen. Aber die sind einfach voll spät losgefahren. Ich glaube, die hatten erst vor, um nach 5 Uhr aufzubauen. Und wir rufen die an, Leute, und die gehen nicht ran. Wir rufen an, die gehen nicht ran. Und wir haben erst kurz vor 7 Uhr erfahren, dass die dann kommen werden. Also die haben uns kurz vor 7 Uhr angerufen und meinten, ja, wir sind gleich da in der Heimfahrt. Das war auf jeden Fall zu krass, viel zu krass. Würdest du auf deinen Mann warten, müsste er 8 Jahre ins Gefängnis? Kommt drauf an, für was? Ja, ist doch so. Was? Also, wenn das jetzt zum Beispiel wegen Mord oder sowas wäre, würde ich nicht warten. Im Ernst? Ja, warum ermordest du jemanden? Wieso? Trotzdem. Wenn ich jemanden ermordet habe, zum Beispiel, okay, das kann man niemals berechtigen, man kann es auch niemals... Aber wenn ich etwas tue, dann hat es irgendwo seinen Grund, jetzt fernab von Mord. Nein. Dann vertraust du mir nicht. Würde ich jemanden jemals... Wenn das jetzt beispielsweise, keine Ahnung, es ist irgendein Delikt wie, das Einzige, was mir jetzt einfallen würde, ist Steuernterziehung oder sowas, dann würde ich schon warten, denke ich. Wovor habe ich Angst? Vor zwei Sachen. Finanzamt und mir. Er hat wirklich nur vor dem Finanzamt Angst und vor mir. Also wie gesagt, wenn es jetzt wegen sowas wäre, klar, aber wegen Mord oder... Also wir gehen jetzt mal echt vom Krassesten aus, Leute, nein, niemals. Also das Einzige, glaube ich, was ich verzeihen würde, wäre... Oder wenn ich weiß, oder du wirst für etwas angeklagt, wo ich 100% weiß, okay, er hat es nicht getan. Dann auch. Aber für krasse Sachen, nein. Sagen wir mal, beispielsweise... Dann haben wir eine Frage, die ist auf türkisch, die übersetzt hier nochmal ins deutsche. Also das heißt übersetzt... Wollt ihr nicht umziehen? Wollt ihr umziehen und wenn ja, wann? Ich hatte letztens ein bisschen so aus Jux und Dollerei, ehrlich gesagt, nach Wohnungen geschaut. Einfach mal so, was so hier in der Umgebung so neu gebaut wird. Das Problem ist erstens, ich möchte hier aus diesem Viertel nicht weg. Mir gefällt unser Viertel extremst. Wir wohnen auf dem Bauernhof, hier leben gar keine Türken, wir sind die einzigen Türken hier. Das gefällt mir sehr, sehr gut hier so, ne? Ja. Wir sind hier sehr gut eingelebt, wir wohnen richtig fernab von allem, wir haben keine Stadt oder sonst was. Wir haben hier nur Kühe und einen Bauernhof und es ist eigentlich richtig schön hier. Pferde, Schweine. Pferde, Schweine, richtig schön hier. Zweitens sind die Mieten für diese Neubauwohnung extremst hoch und wir sind fast das halbe Jahr nicht zu Hause, kann man so sagen, ne? Ja. Jetzt bald beginnt wieder unsere Produktion der Kosmetik, dann müssen wir noch mehr reisen. Ich hoffe, dass wir mehr als ein halbes Jahr nicht in Deutschland sind. Ja. Schön, rüßt an das Finanzamt an dieser Stelle. Und ja, wie gesagt, warum sollen wir dann umziehen, so gesehen? Aber natürlich, wenn wir, keine Ahnung, in den nächsten Jahren Kinder kriegen, werden wir auf jeden Fall dann umziehen. Inshallah dann aber ins Eigenheim direkt, ne? Ich hatte ein bisschen geguckt, einfach, ich hab nicht geguckt, weil ich wegziehen will, ich hab einfach geguckt, ob es vielleicht was noch Geileres gibt für den gleichen Preis. Also beispielsweise jetzt eine Penthouse-Wohnung, weil es gibt echt nur einen Aspekt, der uns, glaube ich, so abfuckt, dass wir keinen Balkon haben, ne? Im Sommer, im Sommer hat es fuckt schon ab, aber da haben wir auch genug Freunde, die einen Balkon haben. Ja, und wir haben einen Balkon auch eigentlich unten. Was war dein tollstes Erlebnis deines Influencer-Daseins? Ich glaube, wirklich darauf bezogen, so als Influencer und nicht während der Zeit, sondern als Influencer. Was war dein tollstes Erlebnis? Ich muss überlegen, also ein Ergebnis, was natürlich... Erlebnis. Ja. Nicht Ergebnis. Erlebnis. Du hast Ergebnis gerade gesagt. Nein, Erlebnis. Ich hab's auf Kamera diesmal. Können Sie später nochmal gucken. War auf jeden Fall, glaube ich, unser erstes eigenes Produkt, dass ich das durch mein Influencer-Dasein verwirklichen konnte. Hätte ich nie, niemals in meinem Game. 2013, wo ich wirklich dann wieder mit Instagram angefangen hab. Ich hab übrigens Instagram seit 2011. Niemals hätte ich gedacht, dass ich ein eigenes Produkt auf den Markt bringe. Und dass wir dann noch innerhalb von einer Woche ausverkauft sind. An dieser Stelle, 2020, Leute, ist es Inshallah soweit. Es ist ja soweit. Sehr professionell. Bei die Lada Kainaja abonnieren schon mal. Es kommen neue Produkte. Mit einer neuen Kartonage. Neues Logo. Neue Container. Genau, neue Außenverpackung. Und, ähm, ja, neue Produkte, ne? Mehr Produkte. Genau. Also es kommt was Krasses auf euch zu. Aber unser Highlighter wird eins zu eins derselbe sein, wie davor auch. Also der Geruch wird der gleiche sein. Wir kriegen auch so viele Komplimente wegen dem Geruch von unserem Produkt. Und der Inhalt wird derselbe sein. Und der Glanz, der Schimmer, alles wird gleich. Ach ja, und das Zweite, was auch ebenfalls ein krasses Erlebnis war während des Influencer-Daseins, waren die zwei Spendenaktionen, die wir gemacht haben. Wo wir selber das Geld persönlich rübergebracht haben in die Türkei. Einmal unser Gase-Antil-Projekt. Und einmal unser, was war das jetzt? Unser Mardim-Projekt, wo wir die Kinder für den Winter eingeklemmt haben. Ebenfalls nur möglich durch euren Support. Wäre niemals ohne euch möglich gewesen. Weil ihr seid der Grund, weshalb wir diese Spenden, diese hohe Summe zusammenbekommen haben. Das Geld so schnell zusammenbekommen und es war einfach ein krasses Erlebnis während dieser Influencer-Zeit. Also beides in diesem Jahr passiert und das waren so die heftigsten Sachen, glaube ich, während dieser Influencer-Zeit. Das ist auch eine Frage, die kannst du beantworten. Ho-San. Bist du ein Perfektionist? Nicht so sehr wie die Lara. Ich glaube, sie hat mich auch gefragt. Also ich sage, du musst über mich dazu was sagen. Also die Lara ist sehr perfektionistisch. Egal worum es geht. Auch beim Produkt zum Beispiel. Das ganz Banalste zum Beispiel, wenn wir ein Logo designen und ein Buchstabe oder ein Wort zum Beispiel um einen Millimeter links ist statt rechts. Dann muss das rechts angeordnet sein. Und aus dem Grund. Also ich bin sogar manchmal so, dass ich zum Beispiel sage, ey reicht jetzt, lass es so durchgehen und so. Und sie sagt, nein, es muss genauso sein, wie ich das haben möchte. Also sie denkt weder wirtschaftlich noch sonst irgendetwas. Sie denkt wirklich, das ist mein Produkt, ich will es benutzen jetzt bezogen auf das Produkt. Und das muss halt perfekt sein. Und so ist sie auch im Leben. So ist sie im Haushalt, wenn es um Putzen geht. Ich staubsauge, sie muss nochmal staubsaugen, weil sie das nicht gut findet. Ja, überall im Leben einfach. Und das hat sie, glaube ich, von ihrem Vater. Das ist eine Frage für dich. Konzentriert sich OZ weiter auf die Selbstständigkeit oder wird er sich bewerben? Also Freunde, ich glaube... Dazu musst du auch sagen, wann hast du deinen Abschluss jetzt gemacht? Und in was? Also ich habe in diesem Jahr meinen Abschluss gemacht im Bereich Maschinenbau. Also ich habe meinen Bachelor im Bereich Maschinenbau gemacht, wie bereits schon gesagt. Also bist du jetzt? Maschinenbauingenieur. Und wie gesagt, wir haben mit dem Influencer-Dasein dank euch wirklich so viel im Leben erreichen können, dass wir uns auch so viele Standbeine aufgebaut haben und immer noch aufbauen möchten, dass sich im Prinzip Leute damit befassen müssen. Und die Lara ist halt die ganze Zeit im Vordergrund. Sie wirbt für Marken, sie nimmt euch überall mit, sie dreht die Videos etc. Also wir werben nicht nur für Marken, sondern wir arbeiten jetzt auch an Projekten. Also ich weiß nicht, inwiefern ich weitererzählen sollte oder so, aber es kommen auch zum Beispiel jetzt im Jahr 2020 ein paar Projekte mit Marken. Also nicht nur, dass ich dafür werbe. Genau, das muss halt eine Person im Prinzip auch im Hintergrund geben, die das Ganze managt und die im Prinzip da ist, wenn irgendetwas, wie gesagt, sei es steuerlich, sei es rechtlich etc. Und das machen wir zusammen. Was machst du denn so bei mir? Also was ich mache bei Dilara sind im Prinzip angefangen mit den Rechnungen schreiben, dann bei steuerlichen Fragen bin ich da für sie und bei rechtlichen Fragen bin ich da für sie. Da steht auch das Unternehmen von mir im Prinzip dahinter mit den Anwälten und den Steuerberatern, die im Prinzip uns unterstützen bei unserem Dasein. Und Dilara kümmert sich halt gar nicht darum, sie macht ihr Ding und alles weitere, nur ein Bogen im Prinzip um Dilara. Das heißt, bin ich da mit meiner Firma und ja, wir managen halt alles zusammen. Außerdem ist unsere Kosmetikfirma, also ich visualisiere sozusagen alles, ich mache die Werbung, ich bin das Gesicht dafür, ich sage, was ich rausbringen möchte, wie ich es haben möchte und und und. Und Osan ist immer der Mann, der den Kontakt so einpflegt, also er handelt alles mit unseren Produzenten, mit unseren, also mit allen Leuten, die irgendwie mit bei Dilara keiner da etwas zu tun haben. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, schieß mich tot jetzt, für die Website zum Beispiel, die Menschen, wie gesagt, die Produzenten, Container, Logoersteller und alles. Also Osan managt das sozusagen alles und ist in Kontakt. Auch zum Beispiel bei der Spendenaktion in Antep meinte Dilara einfach, ich möchte eine Spendenaktion verwirklichen. Dann habe ich die ganzen Hilfsorganisationen kontaktiert, wir haben miteinander gesprochen, wir haben es ausgesucht, wir haben uns ein Projekt ausgesucht und Dilara kriegt halt im Prinzip am Ende mit. So diese und diese Projekte gibt es, was willst du machen, welches möchtest du aussuchen und sie sucht sich eins aus. Und dann fangen wir halt im Prinzip an. Und aus dem Grund, um auf die Frage zurückzukommen, aus dem Grund bewerbe ich mich aktuell nirgendwo, weil die Zeit im Prinzip nicht gegeben ist und wir möchten uns bei diesem Influencer-Dasein noch weitere Standbeine aufbauen und noch weitere Projekte, wie Dilara es eben angesprochen hat, 2020 verwirklichen. Und aus dem Grund bin ich halt da und wir machen das Ganze Schulter an Schulter. Die nächste Frage knüpft sich eigentlich schon an diese Frage an und ich finde die sehr interessant. Viele Blogger wollen das irgendwie nicht beantworten, ich weiß gar nicht warum. Und zwar, womit hättet ihr euer Geld verdient, wenn ihr keine Influencer geworden wärt, also als unbekannte Normalos? Ich finde die Frage mega cool, also ist mal eine ausgefallene Frage. Soll ich was dazu verwenden? Also du wärst wahrscheinlich ganz normal Maschinenbau-Engineer gewesen. Ich glaube, wir haben noch bis vor ein paar Jahren, haben wir noch ganz normal gejobbt, die Dilara hat einen Nebenjob gehabt und hat studiert. Ja, bis vorletztes Jahr. Genau, ich habe einen Nebenjob gehabt und studiert und wir beide waren immer diejenigen, die nebenbei noch irgendeine Selbstständigkeit verwirklicht haben. Ich habe mit Autos gehandelt und habe noch andere Sachen gemacht, die Dilara hat versucht irgendwelche Sachen zu machen und irgendwann ist unser Hobby im Prinzip zum Beruf geworden. Und wir haben halt angefangen dadurch unser Geld zu verdienen. Aber ich glaube, wenn das nicht geklappt hätte, dann wäre ich Ingenieur, ich habe meinen Beruf erlernen. Du hast sogar Jobangebote bekommen. Also er hat sogar Jobangebote bekommen. Und ich hätte auch ein Ziel, was ich verwirklichen würde, das weiß auch Dilara, wenn wir mit Sinan zum Beispiel sprechen und so. Also er hätte, Urs wäre glaube ich aber nicht lange in einer Firma geblieben, sondern er ist so jemand, er will so sein eigener Schätz sein und er kann das auch sehr, sehr gut. Also wir haben da schon Ziele gehabt, die wir verwirklichen wollten. Genau, er hat noch einen Cousin, mit dem er studiert auch Maschinenbau und die hätten sich glaube ich zusammen dann was aufgebaut. Oder vielleicht machen sie es sogar noch nächstes Jahr. Mal gucken, Allah dann heilen Sie. Und die Lara hatte auch immer so Sachen. Und ich, genau. Sie studiert, dann wollte sie zum Beispiel Event-Dekos mal machen. Also ich habe gesagt, ich studiere jetzt wieder Leute, müsst ihr wissen. Ja, also ich habe auf jeden Fall gesagt und sagt immer noch, wenn es irgendwann das Influencer-Dasein nicht geben sollte, ich glaube, ich würde zum einen weiter studieren und zum anderen würde ich mich auf jeden Fall in die... Auf jeden Fall war es in die, wie gesagt, mein Studium weitergemacht. Entweder in Richtung Event-Management oder Social-Media-Management. Das wollte ich erst jetzt machen. Davor wollte ich die ganze Zeit sehr gerne etwas im kreativen Bereich machen. Jetzt zum Beispiel denke ich mir so, hätte ich doch vielleicht so In-Design oder sowas machen sollen. Es ist ja noch nicht zu spät, aber die Sache ist, dass es alles Privatschulen sind und die sind sehr teuer. Und darauf habe ich einfach keinen Bock. Und pendeln will ich auch nicht. Und ja, nebenbei hätte ich gern dann auf jeden Fall was in den kosmetischen Bereich gemacht. Also Wimpern-Lifting, Facials und Make-up-Schulung und also Make-up. Sowas hätte ich auf jeden Fall nebenbei noch gemacht. Was war das schönste Erlebnis im Jahr 2019 und habt ihr Kinderpläne für 2020? Ja, auch wieder dieselbe Antwort von mir. Unser Hilfsprojekt war, also unsere Hilfsprojekte in 2019 waren mega geil. Unser Launch von Highlighter und gleichzeitig, dass wir innerhalb von einer Woche... Das war auch 2019, ne? Das war auch 2019 im Januar. Wir waren... Leute, ihr müsst euch denken, wir hatten Ware für drei, vier Monate eingekauft. Dachten wir. Wir dachten, wir haben Ware für drei, vier Monate eingekauft. Einfach innerhalb von einer Woche zerstört. Ich hoffe, das wird nächstes Jahr nicht genauso sein. Ja, diesmal haben wir viel, viel mehr bestellt. Und ich hoffe, dass es nicht wieder komplette Zerstörung... Also natürlich, wir freuen uns, ne? Wenn es komplette Zerstörung ist, das Beste aber. Und ich fand unseren Sommerurlaub mega schön. Ja, auch viel. Habe ich auch eben dran gedacht. Wir waren sechs, sieben Wochen, sechs und eine halbe oder sieben Wochen waren wir in der Türkei. Es war mega schön. Und nächstes Jahr wollen wir noch länger bleiben. Allah nasib ed arse. Ich glaube, alles die Reise nach Kalkan und Bodrum mit uns auch freuen. Wenn wir nächstes Jahr noch, inshallah, mit einem Auto fahren, dann sind wir auch ein bisschen mobiler. Können vielleicht noch mehr Orte sehen. Also es war mega schön, wirklich. Wir haben halt so eine Rundreise gemacht von Kasch, Kalkan, Bodrum bis hoch nach Izmir. Das war mega geil, wirklich. Und an Talia waren wir drei Wochen insgesamt. Würdest du Osana mir erlauben, in die Disco zu gehen, wenn sein bester Freund Geburtstag hat? Frag Melike. Dein bester Freund bin ich. Die Frage mal umgekehrt. Würde ich es dir erlauben? Nein. Okay, würdest du es mir erlauben? Eigentlich auch nicht, nein. Shisha war es so gar kein Problem, aber Club, nein. Nicht wirklich, nein. Ich glaube, du würdest es mir erlauben. Meinst du, nein. Dann würde ich aber auch sagen, okay, nächstes Mal wäre meine Frage... Never. Ja, dann nicht. Sorry. So, ich glaube, das ist die Frage, die auch am häufigsten kam. Wann wollt ihr ein Haus bauen? Ja, Osana, wann baust mir ein Haus? Komm, ich bin. Wann baust du? Ich weiß nicht. Manchmal nerv ich ihn immer und sage immer, banaeba, 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 manchmal nerv ich ihn. Heute, um ein Haus zu kaufen, braucht ihr Banken und ich muss ehrlich sein, ich mag das nicht, wie die meisten Banken arbeiten und aus dem Grund dauert es noch ein bisschen. Ich glaube nicht, dass es deswegen dauert. Was haben wir gesagt? Wir wollen nicht irgendwas bauen, wir wollen, wir wollen das Haus bauen. Wir könnten, es wäre auf jeden Fall machbar, es wäre tragbar für uns, wir waren doch letztes Jahr im Juni, ne, Juni war das, kurz bevor wir in die Türkei geflogen sind, Mai, Juni, wir waren richtig, wir wollten bauen. Ja. Wir sind losgegangen, wir haben uns überall Angebote eingeholt, wir waren am Grundstück schauen und dann, ich weiß nicht, dann hatten wir so ein Erlebnis und dann hatten wir auch ein paar Gespräche mit älteren Leuten, mit reiferen Leuten, mit Leuten, die schon gebaut haben. Und dann haben wir so überlegt, wir so, ey, das ist richtig viel Geld und wir werden das bis zu unserem Tod abbezahlen, ne. Ihr müsst euch das mal denken, das Haus, ihr müsst euch mal denken, das war nicht so ein krasses Haus, ne, was wir bauen. Also es war schon krass, aber es gibt mehr. Leute, wenn ihr bauen wollt, dann ist das euer Traumhaus und ein Traumhaus zu verwirklichen fängt so bei 400k an, um ganz ehrlich zu sein. Und dann kommen Zinsen etc. noch dazu und das zahlt hier wirklich ein Leben lang, es sei denn, du bezahlst 2.000 bis 3.000 Euro im Monat. Und wir haben gesagt, wenn wir bauen, dann bauen wir das Haus. Also wirklich nicht einfach irgendein Musterhaus aus dem Katalog und hier mach mal schnell, sondern, oh, es kennt mich, das hat auch was mit meiner perfektionistischen Ader zu tun. Ich habe halt, ich habe klare Vorstellungen, ich habe wirklich Vorstellungen, wie es aussieht, wo ich genau, ich weiß jetzt schon, wo ich genau die Couch haben will, wie die Insel aussieht. Und ich habe schon auf meinem Handy... Ich habe kein Mitspracherecht in der Hand. Wer sagt das? Ist so. Ja, aber findest du jetzt die Wohnung hässlich? Wenn ich jetzt sagen würde... Aber findest du jetzt die Wohnung gerade hässlich? Nein, aber wenn ich jetzt sagen würde, die Couch kommt einen Meter nach hinten, würdest du es nicht akzeptieren? Ja, wir können drüber reden. Wir können nicht drüber reden. Ich wollte zum Beispiel doch eigentlich einen anderen Dings haben, einen anderen Unterschrank führen. Ja, du gibst mir zwei Optionen und ich darf aussuchen. Nein, du meint, du hast mir gesagt, der Ruhr kommt bei mir nicht rein und ich so, ja, okay. Ja, solche Sachen habe ich ab und zu, da musst du dich dran halten, ansonsten lasse ich dir deinen Freiraum. Ja, aber du bist auch leider nicht kreativ in der Hinsicht, also, wenn es nach dir ginge, wäre jetzt glaube ich unsere Wohnung so industrial style eingerichtet. Industrial? Ja. Das labert auch nicht, meine ich. Dein altes Kinderzimmer war auch so. Das sah auch so schön aus. Das sah auch so zusammengewürfelt aus. Und? Aber das sah nicht schön aus. Ach, außer. Ja, wie gesagt, ich habe viele Vorstellungen. Ich möchte es einfach schön haben und deswegen, also die Frage war jetzt, wann wir bauen. Also nicht nächstes Jahr wahrscheinlich oder eventuell, sondern darauf das Jahr. Ich würde sagen, so geplant ist, maximal in zwei Jahren werde ich. Ja. 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 Ja.